wo noch mal der teleporter besser jetzt aber daneben was ist da ein gegner kommst du denn die frage ist ob die durch dieses dinge nicht durchkommen das stört die nicht mich auch nicht aber hätte die erstellen können von wegen ich mag das nicht da liegt noch geld rum ok wer ist das wohl aus dem power spion brille gar im spiel hat kein motor mehr du nimmst eine glasbausteine brille und lässt sie zu hause im regal staub fangen ja ähnlichkeiten hat sie ja naja jackpot ok mehr karotten wüsste ich jetzt nicht das heißt den kristall brauche ich nicht mehr erstmal tschüss kristall wir sehen uns später obendrauf das tee ist da erste hat hallo zu sagen dass erstmal gegendet erst mal gambeln richtige einstellungen zu wenig gegner hätten viel mehr sein können so aber da im häuschen ist was aber das weiß ich weil dann braucht man auch das britzel dingern für dafür brauche ich noch ein upgrade ein britzel britzel abgült genau da drin du kannst diese stahlplatten mit einem blaster modus aber nur mit 20 scheine ja das weiß ich da ich kann der fritzel wieder unterschießen wow er hat aber auch lack gehen wir mal hinten durch da gibt sie hinten ein upgrade ignoriere mich ich bin ganz lieb kommen wir nicht durch hauptsache man kann es aufmachen dann kann man nicht mal durch springen hier ist noch was ich weiß nicht wie ich darauf komme aber ich höre ist ach so jetzt hätte man auch ein oben war auch was klar war da oben was was ist denn hier eigentlich war ich nicht schwert chancen so wo sind wir jetzt 50 prozent ja ich würde sagen das ist schon nicht schlecht jetzt können wir hinten durch hier können wir jetzt auch rein schade dass ich kein geld auf sammeln kann ich dachte ich können wir können da rein vielleicht aber auch nicht wir können da rein aber da oben warum sind wir letztendlich reingegangen und doch nicht die tür ist zu aufmachen müssen wir es trotzdem irgendwie da ist ein button und jetzt haben wir den glaube ich gar nicht oder noch hat man nicht ganz viele münze will ich auch sammeln kann ist ja eklig man wieder weg man kann nicht immer gewinnen muss ein bisschen aufpassen aber gut dass er nicht gern gemacht was wieder dann wäre vielleicht jetzt dann wäre jetzt nämlich alles weg gewesen immerhin schön sicher ach die ist auch aufgeregt sagen warum kam ich denn von der einen seite nicht durch aber jetzt erklärt dass einige ist was genau ist denn hier die machen doch nicht so einen raum nur für münzen also irgendwie in die richtung da wird es höher gucken wir noch mal hier ja durchschießen kann wirklich rauskommen hier war ich zwar aber ich habe die kiste nicht gesehen letzte mal stammgrad ist plus 50 cm mal nochmal hören hier sogar jetzt halt ich ich du ich 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 du und waren wir hier einmal zum glücksspiel steht geworden ja mindestens mit gegendet und da ich eine sachen sammeln kann man seine zeit ja wohl mit gambeln verbringen das ist der zweite ort wo ich unbedingt mehr alternative feier brauche ja das muss noch ein einziges mal abgebildet werden kann ich hier rein und in dem anderen da oben muss ich noch hin oder war das oder hat nee das hatte ich ich bin nur noch reingejumped also hier ist irgendwo was auf jeden fall deine pfanne auf jeden fall wenn da nichts drin ist was mit dem ja 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 ich mache es auf normale weise und jetzt ist es eben schon aus metall dann kann ich hoch wird da mal gucken was hier drin ist ist das eine große truhe erst mal die kleine maximale münzen 1,5 jahre mit münzen sammeln waren da viele münzen gut dass es hier das upgrade dabei gab und die richtung na ja und die richtung sie hat sich verkeilt aber ich muss das daraus ziehen können jetzt habe ich endlich komboschaden plus 25 jawohl noch mehr komboschaden so hier gibt es noch mehr bei ihm auf jeden fall hier wo ist der typ da ja ich habe ja bei dem trick okay gut können wir anfangen schaut auf die kisten kinder jetzt ist in der anderen kiste wie und hier der beweis euer applaus ist gerechtfertigt danke der assistent the wheel wheel teleport man habe ich als erfolgt bekommen aber mehr kriegt man nicht wo kann denn hier bitte schon die kisten sein hier klingt so sehr ist voll nah und dann in dem häuschen hier ach so das ist mein häuschen wo ich gesagt habe auf dem dachboden können wir was verstecken mal gucken wie wir da reinkommen ach da maximale gesundheit plus 5 und dann meint man ist ja vorbei und das ist immer noch nicht vorbei hier ist auch so ein ding mit britzel britzel drei orte die würden schon merken müssen hier ist auch ein ding mit britzel